Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Drehbuchautor, den Podcaster, die Legende, Gary Streberg in meiner Sendung. Lieber Gary, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, hätte ich beinahe zurückgesagt, weil ich das ja auch so oft sage. Aber vielen, vielen Dank, Chris, für deine Einladung. Es freut mich sehr und ich fühle mich geehrt. Ja, ich fühle mich geehrt, muss ich sagen. Du warst öfter mal schon zu Gast in der Filmelei, in meinem Mutterschiff, in meiner Filmtalkshow. Ja. Da haben wir ein paar Sachen zusammen gemacht und haben auch dann ein bisschen auch immer angekratzt, zwangsläufig, was deine biografischen Daten angeht. Das Treffen mit Spielberg zum Beispiel und so. Also es sind auch so Sachen, die du immer wieder erzählst, gell? Also manche Sachen kommen immer wieder, immer wieder. Alle sprechen dich darauf an. Ja, weil es ja wirklich so entscheidende Momente tatsächlich sind so im Leben. Ja. Und man trifft ja solche Leute wie, solche Idole wie Steven Spielberg oder Brandon Lee oder so, die trifft man ja nicht so oft in ihrem Leben. Oder in meinem Leben. Und vor allen Dingen Brandon Lee, den habe ich getroffen sechs Monate vor seinem Tod. Ach, den hast du auch getroffen? Das hast du mir noch nie erzählt. Ah, okay. Ja, das kann ich gleich mal erzählen. Ja, zur Presse, da war der unterwegs pressemäßig wegen Rapid Fire. Rapid Fire, okay. Ja, das sagt mir auch was, dieser Film, den habe ich sogar hier stehen. Alles klar, okay. Aber jetzt, bevor wir darüber sprechen, wollte ich dich nochmal fragen, gibt es denn eigentlich, also ich habe jetzt mal geguckt, in Vorbereitung auf dieses Gespräch, ein Interview mit Gary Streberg. Gibt es das denn? Also gibt es Online-Interviews mit ihm? Ja, es gab mal eins, also so ein Online-Ding, da habe ich damals Hörspiele geschrieben. Und da hat irgendjemand mit mir ein Interview geführt. Und das war auch ganz nett. Und dann immer so im Zuge von Sträter Bender-Streberg, unserem Hauptpodcast. Aber so NDR Talkshow oder so hat noch nicht angefragt. Ach so, nee. Naja, aber du bist doch trotzdem, also ich weiß nicht, wie würdest du dich denn selber beschreiben? Ich habe ja das Gefühl, du bist ja schon so ein Phänomen. Also irgendwie kennen dich so viele und finden dich auch klasse. Also vielleicht auch in der Szene natürlich auch stark. Also ja, ich glaube nicht, dass mich wirklich viele kennen. Also dass man mich erkennt auf der Straße, das ist, ich bin tatsächlich mal aus dem Haus, wo meine Mutter wohnte, da bin ich tatsächlich mal rausgekommen und kam eine Person vorbei, Gary Streberg. Und der kannte mich tatsächlich vom Podcast, aber das ist so selten. Selbst, ich muss ganz ehrlich sagen, auf der letzten Comic-Con war ich und es hat mich nicht eine Sau angestellt. Obwohl, nee, doch, doch, ich glaube einmal einer in der Schlange. Und da habe ich gedacht, naja, hier haben wir ja wirklich unser Zielpublikum. Nö. Also, nee, nee, nee. Also, wenn du mit Streeter unterwegs bist oder mit Bender, dann ist halt was anderes, aber ich alleine bin da nicht so. Aber wie ist das für dich gerade, also jetzt zum Beispiel mit dem Podcast Streeter, Bender, Streberg, den du ja auch sozusagen zusammen, soweit ich weiß, mit dem Hennes Bender dann zusammen initiiert hast, oder? Damals. Ja, genau, das war so. Aber du bist ja auch so wie der geistige Vater davon. Und dann ist aber natürlich, sagen wir mal, eher so die schillernde Figur, vielleicht Thorsten Streeter, weil er halt relativ bekannt ist. Obwohl du ja eigentlich der Initiator bist. Wie ist das dann für dich? Naja, das ist schon in Ordnung. Also, ich beneide die nicht darum, um ihren Ruhm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dafür bin ich jetzt zu lange mit denen befreundet, um auch zu sehen, dass das auch manchmal ganz schön belastend sein kann. Oder was heißt belastend? Nervig sein kann. So aus meiner Perspektive. Wie die damit umgehen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber für mich ist, also, wenn ich nicht über die Comic-Con gehen kann, ohne nicht alle fünf Meter angesprochen zu werden, dann weiß ich nicht. Aber manche Leute brauchen das. Und die freuen sich dann auch drüber. Wenn mich ab und zu mal jemand anspricht und sagt immer, toller Podcast, dann ist das, dann freue ich mich darüber auch. Und ich unterhalte mich auch gerne mit den Leuten. Aber, nee, für mich ist das schon in Ordnung. Das ist übrigens das Gleiche wie, kennst du die Serie, die Gameshow Taskmaster? Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal von der gehört, ja. Genau, die ist jetzt, übrigens, die haben jetzt ihren eigenen YouTube-Kanal und verbraten da auch ganze Folgen. Das ist so ein Format aus England. Und da ist das auch so. Da ist auch der Typ, der das praktisch initiiert hat, der ist da praktisch nur offiziell der Sidekick. Und Greg Davis, der sitzt da auf dem Thron. Und jeder denkt irgendwie, ah, das ist dem seine Show. Und nee, es ist von dem Sidekick die Show eigentlich. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Sträter Ben der Streber meine Show ist, aber naja, also ich habe es mit dem Hennes zusammen auf dem Weg nach Bielefeld kamen wir auf die Idee, das mal jetzt wirklich ernsthaft anzugehen, diese ganze Podcast-Geschichte. Das ist wie lange her nochmal? Über zehn Jahre jetzt. Über zehn Jahre ist das. Das ist echt schon ein... Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, ja, ja. Ja, absolut. Aber bei Bands, das ist manchmal, also es ist mir aufgefallen, bei Bands hat man manchmal das Gefühl, dass man bei Bands, bei Musikbands immer gedacht hat, der Liedsänger ist auch derjenige, der das irgendwie gegründet hat. Und dann war es aber irgendwie der Schlagzeuger oder der Keyboarder. Ja, ja, genau. Das sind halt die Leute, die immer so im Rampenlicht stehen. Und in dem Fall ist es Thorsten und Hennes. Und ja, aber ich fühle mich da, wo ich bin, fühle ich mich eigentlich ganz wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, das ist ja auch immer ein Ausdruck von Kreativität oder von irgendwie, was einem auf dem Leib brennt sozusagen. Und du bist ja auch eher so ein Macher, gell? Also dir geht es ja nicht so sehr darum, im Rampenlicht in erster Linie zu stehen, sondern es geht dir ja mehr um die Sache, oder? Ja, sagen wir mal, ja. Einmal das, weil Podcast habe ich für mich, ich meine, das habe ich ja auch nicht mit mit 20, habe ich ja auch nicht damit gerechnet, dass Podcast mal so ein zentraler Teil meines Lebens sein könnte. Aber ich muss sagen, ich bin gerne Podcast Host, ich bin gerne Podcast Produzent, ich mache Podcasten gerne und das ist so praktisch wirklich ein zentraler Punkt meines Lebens geworden. Und ja, was das Rampenlicht angeht, naja, also sagen wir mal so, als ich damals den Hennes kennengelernt habe, ich sage immer, das war so zu der Zeit, wo Blair Witch, weil wir haben uns tatsächlich auch für Pressevorführung vom Blair Witch Project kennengelernt, so lange ist das schon her. Da habe ich zum ersten Mal wirklich so einen Gleichgesinnten gefunden, weil ich hatte mir damals immer so, ich war schon immer ein großer Stand-up-Comedian-Fan, hatte mir damals aus, gab es so einen speziellen Plattenladen in Dortmund, der hatte auch diese ganzen Alben von Cheech & Chong und von Steve Martin und diese von Eddie Murphy und Billy Crystal, die habe ich mir da damals alle schon gekauft. Also sagen wir mal so, in meinem Herz pocht ein ganz großes Herz, eine ganz große Leidenschaft für Stand-up-Comedy. Und wenn ich so ein bisschen was bereue vielleicht, dann ist das, dass ich mich nie so richtig getraut habe, auch mal so in diese Richtung zu gehen. Das ist ungefähr genauso, wie ich natürlich, du weißt, ich bin großer Steven Spielberg-Fan und wollte meine Ur-Trieb-Feder praktisch, irgendwas Kreatives zu machen, war auch immer, mal irgendwie Regie zu führen. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, oh nee, das ist nix. Vielleicht bin ich da zu introvertiert oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Filmchen gemacht und das hat auch Spaß gemacht, aber ja, also ich bin lieber so der Typ hinter den Kulissen. Jetzt kann man ja argumentieren, naja, das ist der Regisseur ja auch, aber ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Ich komme jetzt so langsam in das Alter mit 59 Jahren, wo du schon so darüber über verpasste Chancen oder über Sachen nachdenkst, wo man denkt, ha, probiere ich das nochmal oder so? Weißt du, das ist ja so. Ich weiß nicht, was bist du für ein Jahrgang? 77. 77, ja okay, da bist du ja noch ein junger Spund. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Mir ist das übrigens lustige Anekdote. Mir ist das kürzlich echt passiert. Da stand ich an der Kinokasse, hier in meinem Kapitolkino, eins meiner Lieblingskinos, weil es direkt um die Ecke ist. Und dann sagte dieser junge Mann, und das ist Kapitolkino, musst du wissen, also wenn du mich fragst, wo hast du den allerersten Film gesehen in deines Lebens, dann war das höchstwahrscheinlich das Kapitolkino. Ja. Und ich stand dann da, also das ist mein Zuhause, das will ich damit sagen. Und dann stand ich da und da, jenseits von mir steht, auf der anderen Seite der Theke steht ein junger Mann, der sagt plötzlich zu mir, sagen Sie mal, ich will ja nicht indiskret sein, aber wir haben auch Rentnerrabatte. Da bin ich komplett zusammengefallen. Also ich musste so lachen. Ich habe ihm dann die Hand geschüttelt und habe gesagt, ich sage, yo, du bist jetzt, das ist jetzt gerade ein historischer Moment. Das ist jetzt gerade ein historischer Moment. Ich habe immer gedacht, wann wird dieser Moment mal kommen, wo man mir einen Rentnerrabatt anbietet. Und der ist jetzt gekommen. Ich habe ihm die Hand geschüttelt und so und ja, also es war super, super. Mit 59 Jahren, ich weiß auch nicht, bin ich nicht gut gealtert. Ist hart. Und pass auf, ich kann sogar noch einen draufsetzen, weil das ist gestern erst passiert. Ich habe mir gestern Monkey Man angeguckt, übrigens sehr guter Film. Toll, freue ich mich auch sehr drauf. Ja, ja, also der geht richtig auf die Zwölf. Und ich stehe vor der gleichen Kino-Kasse, aber jenseits von mir ist jetzt eine ältere, so ungefähr mein Alter, eine Mitarbeiterin. Wir kennen uns auch, weil ich da öfters reinkomme. Und die hat was am Rücken gehabt. Da sage ich zu ihr, so, ja, ich sage, hör mal, ist Verommerung, was willst du machen? Und da sagt sie so, ja, hör auf damit. Und dann habe ich so gedacht, oh Mensch, die kennt meine Geschichte noch nicht, die ich dir soeben erzählt habe. Und ich erzähle die und erzähle die und erzähle die und schmücke die so richtig Stand-up-mäßig schon fast aus mit einem richtigen Spannungsbogen und so. Und einfach gucke ich so über die Schulter und hinter mir stehen 14 Leute, die da vorher noch nicht standen. Das war mir so unangenehm. Das war ja eine Nummer fast schon. Das war ja ein Stand-up. Naja, ich weiß schon, wie das funktioniert. Ich schreibe das ja auch. Ich schreibe ab und zu für Thorsten, für dessen Sendung. Und ich habe auch schon für Hennes geschrieben. Und der Hennes, der war damals, als ich für sein neues Programm geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt noch in seinem neuen Programm ist. Keine Ahnung. Aber ich weiß noch, wie entzückt der war, dass ich genau seinen Ton getroffen habe. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass ich mit diesen beiden High-O-Pies so ewig lange diesen ganzen Kokolores mache. Das ist ja, da bleibt ja was hängen. Ja, ja, na klar. Ich denke halt, also ich meine, auch weil du das gesagt hast, mit verpassten Chancen und so weiter. Oder auch mit eben Regie führen und das Ganze. Oder seinen Platz ja auch so ein bisschen dann finden irgendwie. Ja, beim Purpose, wie man in den englischen Sachen. Und ich habe ja früher auch Kurzfilme zum Beispiel gedreht und habe ja dann meinen langen Film vorbereitet. Und dann kam Corona und dann habe ich ja auch so, bin ich zum Podcasten gekommen, so wie die Jungfrau zum Kind. Also ich wollte, hatte das nie so vor, ja. Und jetzt mache ich das die ganze Zeit und habe ja mehr verschiedene Projekte und so. Und dann denke ich aber immer manchmal, naja, weil früher, manchmal kommt das, du willst ein Konto eröffnen auf der Sparkasse und dann fragen die, was sind sie eigentlich vom Beruf? Und dann wird es schwierig, ja. Dann wird es schwierig. Und dann sage ich, dann, früher habe ich dann gesagt, ich bin Filmemacher, ja. Und dann habe ich immer überlegt, ja, bin ich jetzt Filmemacher? Weil eigentlich, wenn ich Filmemacher wäre, würde ich ja eigentlich rausgehen und Filme machen. Aber das mache ich ja gar nicht. Ich habe da gar nicht so Lust oder ich weiß nicht, ich habe schon Lust, aber ich mache es ja nicht. Aber was ich die ganze Zeit verfolge, ist zum Beispiel Podcasts, ja. Ja, ja. Also muss ich mir das ja irgendwann am Ende des Tages eingestehen, dass es was anderes ist, wie man so sagt, ob man den Weg nur kennt oder ob man ihn geht, ja. Dass man dann irgendwann sagt, naja, dann ist das wohl, das ist wohl das, was ich gerne mache. Weil deswegen verfolge ich es so stark. Ja, ja, ganz genau. Und es ist aber auch so, ich glaube so, wenn Leute das überhaupt auf dem Schirm hat, weil man muss ja, wir befinden uns ja immer noch in der Zeit, wo man Podcasts ja erstmal manchen Leuten tatsächlich erklären muss. Was ist das überhaupt? Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass viele Leute das gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, woher kommt das Wort denn überhaupt? Ja, das hat was mit dem iPod zu tun. Also Apple hat das praktisch erfunden, muss man wirklich so sagen. Und naja, aber das ist ja auch so eine brotlose Kunst. Also ich sehe so, im geistigen Auge sehe ich meinen Vater vor mir und er sagt, ja, was kannst du denn damit verdienen? Ich meine, ehrlich gesagt, mittlerweile haben wir das so ein bisschen monetarisiert und das geht schon auch. Also man kann damit tatsächlich ein bisschen Geld verdienen, aber es ist natürlich eine irre Mühe und guck mal, wir machen das jetzt schon seit über zehn Jahren. Wir sagen immer ganz gerne, wir sind die Pioniere, sind wir wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz, ja. Ich denke aber, wenn es um so Film-Reviews und sowas geht, seid ihr schon die Pioniere hier in Deutschland, oder? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also wir haben uns, ich habe mich damals podcastmäßig an Joe Rogan orientiert und der ist ja nur jetzt kein Popkultur-Podcaster. Aber das war so damals, und nee, der Nerdist-Podcast mit Chris Hardwick. Der hat das, also das war das große Vorbild, weil die haben das damals wirklich gemacht. Drei Typen und immer irgendeinen prominenten Gast. Ich werde nie vergessen, wie ich da den Podcast gehört habe mit Simon Peck. Und ich habe den so in Halbschlaf gehört und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann mal so wach wurde. Und ich wollte was zu der Runde beitragen. Ich wollte wirklich was sagen, auf Englisch. Und da habe ich so für mich gedacht, ah, guck mal, das ist genau dieses Format. Drei Freunde, beziehungsweise in dem Fall vier, dann mit Simon Peck, sitzen an einem Tisch und labern totalen Kokolores. Wo ihre Inspiration herkommt, wo ihre Einflüsse herkommen, was ihre ersten Filme sind. Eigentlich im Grunde das, was wir machen. Und ja, und das haben wir, glaube ich, mit Sträter Bender-Streeberg ganz gut etabliert. Ja, und was wahrscheinlich auch immer hilft, ist, dass zum Beispiel die anderen Freunde dann Comedians sind oder Kabarettisten oder so. Ich glaube, oder vielleicht auch die Gäste. Der Unterhaltungswert ist ja quasi ein anderer, oder? Der Unterhaltungswert ist nochmal ein anderer. Ich war mich am Anfang so ein bisschen, war ich irritiert, weil der Hennes so darauf bestanden hat, dass wir kein Comedy-Podcast sind. Weil ganz am Anfang war Sträter Bender-Streeberg tatsächlich unter Comedy gelistet, weil ich einfach gedacht habe, naja, ich sitze mit zwei Comedians und ein Comedy-Autor sitzt an einem Tisch. Das ist ja Comedy pur. Aber irgendwie dem Hennes, dem war das wichtig, dass wir eher ein Film-TV-Podcast sind. Und ja, natürlich, sicher ist der, der, ich glaube, wir kriegen ganz viele Kommentare. Oder sagen wir mal so, jedes Mal ist mindestens einmal ein Kommentar dabei, der so dann lautet wie, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber es macht trotzdem Spaß, euch zuzuhören. Das ist so. Und ja. Und sag mal, wenn man, also ich, das war mal so eine Aussage von Harald Schmidt, beziehungsweise das hat mir mal der Manuel Antrack erzählt, weil er gesagt hat, naja, das war so, dass wir immer darauf geachtet haben, dass wir eigentlich privat uns nicht so austauschen, auch vor der Sendung, sodass wir uns das alles aufheben für die Sendung, wenn wir uns sehen, das dann so. Und ich fand das eigentlich einen ganz interessanten Ansatz und habe das auch immer, oder versucht so zu halten, gerade so in der Filmelei, da habe ich ja viel mit dem Tobias Mann zum Beispiel auch das zusammen gemacht und so. Wie ist denn das bei euch? Also ist das so, dass ihr euch das aufhebt für vor der Kamera? Oder ändert sich das letzten Endes überhaupt nicht, auch wenn die Kamera aus ist? Habt ihr dann auch einen gängigen Kontakt unter der Woche sozusagen? Ja, das ist, das denken die Leute immer, das sind ja Best Buddies und so. Nee, tatsächlich sehen wir uns nur einmal im Monat. Und ab und zu schieben wir uns mal irgendwelche Informationen rüber, ab und zu besuche ich den Thorsten oder ab und zu sehe ich den Hennes. Aber nee, eigentlich ist genau das gegeben. Also wir treffen uns einmal im Monat und dann reden wir halt tatsächlich, dann geht es halt erst mal primär darum, was haben wir gesehen, was haben wir nicht gesehen, wer hat was gesehen und dann reden wir halt und zwangsläufig kommen dann irgendwelche anderen privaten Sachen und da mit rein. Natürlich auch immer muss man abwägen, was man so alles erzählt und so. Aber diese Geschichte mit der Kinokasse, das werde ich garantiert im nächsten Podcast erzählen. Nee, aber von daher, um da eine Frage zu beantworten, also es ist nicht so, dass wir uns so oft sehen. Eigentlich eher selten, muss man sagen. Leider. Es ist ein bisschen wie so eine freundschaftlich-professionelle Beziehung. Es ist ein bisschen, und das ist mir jetzt erst so in den letzten Wochen klar geworden, es ist im Grunde, im Grunde sind das so Arbeitskollegen. Weißt du? Also es sind nicht so wirklich so zu meinem Freundeskreis, bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, aber das sind gute Arbeitskollegen und das ist auch schön so. Das ist gut. Mit denen trifft man sich ja auch mal ganz gerne. Und von daher, das funktioniert ganz gut, denke ich. Ja, ich finde ja eben auch gerade auf der kreativen Ebene, wenn man da, man hat wie Gleichgesinnte, mit denen macht man ein Projekt, das hat ja so eine ganz eigene Qualität und das ist auch so ein ganz eigener Kreis, den man auch mit nichts anderem vergleichen kann oder ersetzen kann. Das ist so schon, weißt du? Also das merke ich ja auch. Ja, na ja. Dann hat man auch Privatkontakt, aber letzten Endes, das fand ich ja dann auch eben diese, oder verstehe ich auch diesen Ansatz, den der Antrag gesagt hat, dass man dann wirklich vor der Kamera das, weil es, man hat sich ja dann doch was zu erzählen, man mag sich ja, weißt du? Und dann kann man sich dann, vor der Kamera geht das dann los. Man muss das nicht vorher verschießen, ja. Ja, ja, ganz genau. Also das ist, ähm... Wenn man jetzt befreundet wäre, weißt du, jeden Tag sieht man sich, dann geht man vor die Kamera, keiner hat mehr Bock zu reden. Aber das Problem ist ja auch, ganz ehrlich, die Terminkalender von den beiden. Die sind ja ständig on tour, praktisch. Und wenn mal einer frei hat, dann hat der andere halt nicht frei, dann ist der andere auf Tour. Und wenn der dann wieder mal Urlaub hat, dann, na, und dann sind das ja auch private Menschen, die wollen ja dann auch mal ihre Ruhe haben von, von, ähm... Von auftreten, vor der Kamera stehen oder vor dem Mikrofon und wollen dann einfach auch nur mal privat sein. Das muss man ja auch mal akzeptieren. Also von daher, ähm... Ja, ist das vielleicht sogar... Also das, das... Also ein Termin zu finden für unseren Podcast im Monat, und das ist auch der Grund, warum wir nur einmal im Monat aufnehmen, das ist super schwierig. Das ist immer ein logistischer Albtraum für mich. Ich meine, in letzter Zeit, muss ich sagen, ähm, klappt es ganz gut. Also da finden wir eigentlich immer relativ schnell Termin, aber, äh, das ist tatsächlich ein Problem. Und, äh, ja, wie ich schon sagte, das ist der Grund, warum wir auch nur einmal, einmal im Monat aufnehmen. Aber du bist derjenige, der das organisiert, sozusagen. Ja, also ich und... Oder der Hennis, der sagt dann, pass auf, ich habe an dem und dem Tag Zeit, dann schickt der mal so fünf, sechs Termine rum, und dann, dann guckt man, äh, weil ich bin ja der Flexibelste von allen, und dann guckt halt Thorsten, wo, äh, wo kann er da, und dann, äh, buchen wir halt das Studio. Mhm, okay. Und da bin ich immer sehr happy, wenn wir das, wenn wir das gemacht haben. Wenn das geschafft ist, ja, ja, das kann ich nachvollziehen, das kann ich nachvollziehen. Ähm, weil ich ja auch manchmal in der Film leise mit vielen Leuten dann auch diese Talks mache, bis man das manchmal schafft, dass es dann, wenn es dann klappt, also alles freut man sich so sehr. Ja. Ähm, und habt ihr so ein Ablaufdatum? Habt ihr so, habt ihr schon mal darüber gesprochen, dass ihr sagt, irgendwann hören wir auf, oder habt ihr das nicht? Sagt ihr, wir machen das so lange wir können? Ja, also eigentlich, äh, ich denke mal, wir machen so lange, bis, äh, wie es uns Spaß macht, und, ähm, bis, äh, wir uns gegenseitig an die Kehle gehen, glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Äh, das macht mir, naja, man kann ja nach zehn Jahren, könnte man ja auch mal sagen, komm, jetzt ist auch mal gut, ne. Und vielleicht, weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung, ich möchte da keine Prognosen machen, äh, das ist noch alles offen, aber jetzt, im Moment haben wir noch Spaß, glaube ich, und ich jedenfalls, und, äh, ja, von daher gehe ich ja erstmal davon aus, dass es weitergeht. Mhm. Mhm. Ja, ja, natürlich, natürlich, das hoffe ich natürlich auch. Ich meinte einfach nur, manchmal hat man ja auch, äh, gerade, weil wir es auch noch, äh, eben gerade hatten von, ähm, ob man vielleicht noch mal was anderes macht. Ich meine, das heißt, man kann das ja trotzdem machen, man kann ja auch zwei Sachen nebenbei machen. Genau, ich meine, guck mal, ich finde das ja auch toll, du hast halt verschiedene Podcast-Formate. Ich hab ja auch noch einen anderen Podcast, äh, mit meinem lieben Kollegen Roland Hepp zusammen, viele Wege führen nach oben, die sind etwas spirituellen Podcast. Ähm, das ist ein, das ist ein guter Ausgleich, so, weißt du, weil, da ist die Arbeitsweise ganz anders, ne, da ist der Flow ganz anders, und das ist schon so ein bisschen wie Podcast-Urlaub dann so für mich, weißt du, so. Naja, das hört sich jetzt böse an, aber, äh, da, da, da ist das alles, sagen wir mal, flexibler. Der, der ist halt keine Bühnenperson, sondern, wie ich, eine Privatperson und dann findet man halt Termine viel, viel schneller, ne, und, äh, und es macht halt auch einfach mehr Spaß und, ähm, aber ich werde dem, dem Podcast, das ist jetzt so wirklich, das ist auch so eine Einsicht, die ich jetzt kürzlich mal hatte, ist ja so, ja, das, das ist dein Beruf jetzt, so, ne, dazu kommen wir jetzt wieder zum Anfang, ne, also, das, ja, und damit muss man dann, äh, leben, was heißt, muss man, nicht, aber, ich finde, wenn einem das dann so klar ist, dann öffnen sich auch noch mal so andere Möglichkeiten, weißt du, man kann ja auch noch, es gibt ja, ich meine, du weißt ja selber beim, beim Podcast, es gibt ja immer irgendeine Nische, es gibt ja immer irgendein Publikum, ne, egal, ob du jetzt, äh, was weiß ich, Salzteich kneten oder, äh, äh, Filmpodcast oder, oder irgendwas, ne, das ist ja, irgendein Publikum wirst du immer finden und das ist das Schöne an dem Medium, finde ich, ne. Ja, gut, das ist Fluch und Segen, weil es natürlich auch unglaublich viel gibt und, äh, man natürlich sich auch erst mal, gerade wenn man was Neues, glaube ich, dann wieder gründet, muss man sich irgendwie etablieren. Da muss man wieder von vorne anfangen. Ja, ich habe ja jetzt auch seit, äh, zwei, drei Monaten ein Format, was ich hier in Darmstadt, wo ich lebe, mache, ähm, zusammen mit einer 70-jährigen Dame, die ich in meiner Gastronomie da kennengelernt habe, Michi und ich heißt der, und da haben wir halt auch Gäste und das ist dann nochmal die nächste, war für mich auch die nächste Herausforderung. Ich wollte das auch immer, also es ist eine Studiosituation und die Gäste kommen zu uns. Also jetzt, die Folge, die jetzt draußen ist, wahrscheinlich, wenn der Podcast hier online geht, ist die mit Christoph Sieber, ja, mit dem Karotisten Christoph Sieber. Den kenne ich halt schon ewig und der war hier in der Nähe und dann ist der halt zu uns gekommen. Und jetzt habe ich noch andere auf der Liste, die uns besuchen. Und, äh, das war für mich dann auch so ein bisschen, auch sich ein bisschen abzuheben von dem Normalen und ich wollte sowas auch immer machen, fand das auch immer sehr herausfordernd, so eine Studiosituation zu haben, weißt du? Das ist toll. Ja, und, äh, und, äh, jetzt arbeite ich da auch mit Nachdruck dran und bis jetzt klappt es auch ganz gut und so, aber das kann man natürlich, und das habe ich gerade letztens zu jemandem gesagt, natürlich habe ich das auch ein bisschen dadurch, dass ich die, dass ich Kurzfilme gemacht habe, dass ich die Filmelei gemacht habe, dann kann ich die Leute eher fragen, wenn die in der Nähe sind, weil ich die irgendwie schon kenne, wenn man das von null startet, ist das ganz schwierig und, äh, Das stimmt. Das muss man sich so erarbeiten mit der Zeit und das meine ich und dann versinkt man auch schnell in diesem Podcast-Sumpf, also kann man auch schnell versinken, Ja, da hast du recht, da hast du recht. Man muss ja erstmal die Zuhörer, die müssen einen ja finden, das ist ja das Ding, ja. Mhm, ja, das stimmt wohl. Und so, ihr habt natürlich den Vorteil, erstens seid ihr so lange dabei, ihr macht das so lange, ihr seid da irgendwie eine feste Größe, man kennt euch und es spielt natürlich aber auch eine Rolle, die Bühnenpräsenz von Hannes Bender und Thorsten Sträter, sag ich mal. Naja, um nochmal darauf zurückzukommen, was, was mein Promi-Status so angeht, also wo ich mich wirklich drüber gefreut habe, das ist, ähm, ich bin das ja, ich war ja damals, ähm, in meinem ersten Leben war ich ja Tonassistent und so und da war das ja immer so, immer wenn wir mit irgendwelchen Prominenten gefilmt haben, dann war für mich immer so, das Maß der Dinge war immer, wie nimmt dieser Prominent mich als Tonassistent wahr, ne, und in den meisten Fällen wurde ich wirklich wahrgenommen und was mich immer sehr gefreut hat, aber es gab auch so ein paar High-O-Pies, die wurden das Gefühl, dass die beachten dich überhaupt nicht, ne, und was mich sehr gefreut hat, und das ist aber immer noch so ein bisschen immer im Kopf drin, was mich sehr gefreut hat, als, äh, der, äh, der Welke mal zu Gast war bei, in Thorstens Sendung bei Sträter, ich bin ja immer, eigentlich stets bei den, bei den Aufzeichnungen dabei, und der dann auf mich zugekommen ist, weil der Herr Streeberg, was so, wo ich schon gemerkt habe, ah, okay, der kennt dich jetzt, ne, weil, weil er halt, äh, den Podcast kennt, ne, und das hat mich, das hat mich schon sehr gefreut, muss ich sagen, also, das ist ja auch, hat ja auch was so ein bisschen mit, mit, äh, ja, was heißt mit Respekt, aber einfach, man wird gesehen, weißt du, das ist ja ein ganz simples Bedürfnis, was jeder Mensch ja irgendwie hat, und jeder Künstler hat, und jeder Kreative hat, und so, und das war, das sind so, das sind so Momente, und deswegen, äh, sind die Momente, wenn man mich tatsächlich erkennt, äh, und mich auf den Podcast anspricht, die sind dann immer besonders schön, weißt du, so, weil, weil das halt so selten ist. Ja, ja, aber das meinte ich auch vorhin mit dieser, also in der Szene bekannt, beziehungsweise der Respekt vielleicht auch von den anderen, äh, filminteressierten Künstlern, aber auch, äh, die das kennen, und die in etwa, die wissen, was du damit leistest, oder geleistet hast, auf die Beine gestellt hast, und wie lange es dich gibt, und dann dich schon ein bisschen als Koryphäer sehen, also, ich merke das ja schon sehr stark, äh, auch als du in der Filmelei und so weiter, in der, in der Sendung warst, und so, den Feedback, was ich bekomme von, von Leuten, mit denen ich auch zusammenarbeite, irgendwelche Karotisten, Comedians, und so, das ist immer sehr, sehr groß, und sehr hoch, und freuen sich, und hören dann sofort zu, was du sagst, und empfinden dich nochmal ganz, äh, anders vielleicht, als jemand, der einfach irgendwie sich bei Spotify durchklickt, und sagt, was ist das für ein, ach, ein Filmpodcast, ja, muss ich mal, weißt du, so, das ist so ein bisschen wie, manchmal, man trifft ja auch manchmal Leute, oder spricht mit Leuten, die hinter den Kulissen ganz große Sachen auf die Beine gestellt haben, aber halt in der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, aber die Leute, die in dieser Branche arbeiten, kennen die natürlich alle, ja, und so ähnlich ist das bei dir auch, ja. Ja, es ist ein bisschen so, also, äh, klar, logisch, wenn ich jetzt hier zu, zu irgendeinem Podcast-Treffen nach Essen fahre, da kennt man mich schon, also da, ja, okay, da, aber, aber, äh, ich sag nur, das hat auch, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu bescheiden oder so, oder vielleicht sehe ich das einfach nicht so, aber das ist ja sowieso immer dieses, das, was du auch schon sagtest, so dieses, dieses, ähm, Kreative haben ja ganz oft auch dieses Imposter-Syndrom, weißt du, dass man, dass man denkt, äh, ja, ich bin Drehbuchautor, aber bin ich wirklich Drehbuchautor? Ja, ich bin Filmemacher, aber bin ich das wirklich? weißt du, so, man hat ja, man hat ja immer diese, das ist ja unheimlich weit verbreitet unter kreativen Menschen, dass man immer so das Gefühl hat, ja, aber bin ich das jetzt, ne, wann, wann ist man das? Wann ist man ein richtiger Podcaster? Ich glaube, ich kann sagen, ich bin Podcaster, das kannst du von dir auch sagen, aber wann ist man wirklich ein richtiger Drehbuchautor? Also, ich weiß noch, als zum ersten Mal mein Name in den Credits stand bei Alarm für Cobra 11, das habe ich mir echt eingerahmt, also, das war für mich ein ganz großer Moment, weißt du, wo ich so wirklich so, also, so eine Eigenwertschätzung, wo ich so praktisch, okay, das kann mir jetzt keiner mehr nehmen, weil da steht tatsächlich mein Name, so, ne, so, das ist so, ja. Ja, absolut, ich verstehe, was du meinst, mir geht es auch manchmal so, dass ich dann irgendwie so, gerade wenn ich sehr viel gemacht habe und sehr viel online gestellt habe, dann ist irgendwann so, wie komme ich zu so einer Ruhe und dann gibt es schon so manchmal so einen Moment, wo ich denke, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit, was ist das eigentlich, was soll das eigentlich, das merkt das irgendjemand, also, sieht das eigentlich einer, ist das nicht eigentlich totaler Quatsch, was ich da eigentlich mache, weißt du, so, diese Selbstzweifel, die man halt auch hat, ja, weil man manchmal, und dann macht man halt weiter, es ist wirklich manchmal ein bisschen schwierig. Das ist halt, das ist halt einfach, Entschuldigung, das ist halt einfach so diese Konditionierung, die wir noch haben von unseren Eltern oder von unseren Großeltern, man muss halt einfach was, du musst was Seriöses, du musst was Sicheres haben, was ja auch völlig in Ordnung ist, das würde ich meinem Sohn heute auch sagen, aber, ja, und das ist halt, das schwingt halt, das ist halt so in uns drin, dass man sich dann halt alle paar Wochen oder Monate mal fragt, was mache ich hier überhaupt, ist das überhaupt richtig, kann ich davon leben oder mache ich das gerne, aber, der Hennis hat mir mal was Schönes erzählt, das fand ich echt toll, und zwar, als sein Vater, als, ich weiß jetzt nicht genau, ob das sein erster Stand-Up-Auftritt war oder so, oder ob das das erste Mal war, dass sein Vater ihn auf der Bühne gesehen hat, aber da, das ist natürlich immer so eine große Sache irgendwie, was sagen die Eltern, was sagt der Vater, verstehst du, und, und, und der Vater, er war dann sehr gespannt, was sein Vater sagte, und, und der sagte dann einfach nur, macht dir das Spaß, was du machst, und der Hennis sagte, ja, es macht mir Spaß, dann ist das gut, und das finde ich, also das habe ich nie vergessen, also das finde ich ein unheimlich schöne, ja, so, so ist das dann, also ich weiß nicht, mein Vater war nie so, aber der, ich glaube, der hat das nie so geäußert, aber der hat dann schon gedacht, ja, okay, lass ihn mal machen, weißt du, naja, klar, letzten Endes hat er ja auch keine Wahl, oder die Städte haben dann keine Wahl, aber das, was du meintest, was wir, über was wir kurz, das, was du angesprochen hast, mit dem Alter auch, oder mit den Chancen, oder mit dem, wenn man so ein bisschen dann zurückblickt, also ich habe ja auch irgendwann dann gedacht, und das war vor Corona auch, wo ich dann gedacht habe, so, ich mache jetzt mal einen langen Film, und dann habe ich, das war aber auch dieser Antrieb, entweder mache ich es jetzt oder nie, weil irgendwann wird einem das ja auch bewusst, dass man älter wird, und man weiß in etwa ein bisschen, wie viel Zeit man noch hat, sage ich mal, und ob man eben, dann weiß man ja, wenn ich mit 80 den Film mache, das ist dann ein bisschen blöd vielleicht, also obwohl, es gibt ja auch Clint Eastwood, aber trotz alledem, ja, weißt du, also so geht dir das auch eben, oder hast du das damit gemeint, dass du sagst, ja, es ist, ich will es nur nicht Torschlusspanik nennen, ja, aber es ist ein bisschen so, weil, weißt du, so diese, diese Zeit, dass man Sachen so endlos aufschieben konnte, die haben wir einfach nicht mehr, das ist, ist halt einfach so, wie gesagt, ich bin 59, ich werde, im Januar werde ich 60, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, noch kein Alter oder so, ja, aber ich merke schon, dass so, ist auch so ein doofes Klischee, aber ich meine, guck mal, wir haben in unserem Podcast jedes Mal, ist irgendeiner wieder von unseren Idolen oder Leute, Künstler, die wir gut fanden, gestorben, ja, außer Katharina Valente, irgendwie, die, die ist unzerstörbar, aber, das ist, ja, das war ja in Folge 13, habe ich das glaube ich behauptet, weil ich war mir echt sicher, dass Katharina Valente verstorben ist, und nein, also da hat es einen riesen Aufruhr gegeben, Katharina lebt noch, und die lebt auch heute noch, und das ist auch toll so, und da freue ich mich auch drüber, und ich meine, die Frau, die war ihr Leben lang in Bewegung, da weiß man, warum die jetzt noch da ist, und, ähm, wollte ich sagen, naja, aber so, Richard Lewis zum Beispiel, der ist jetzt kürzlich gestorben, weißt du so, und das, das kommt immer näher, irgendwie, und, ja, ich finde auch diese Actionhelden, Carl Weathers, jetzt Louis Gossett Jr., so, die man irgendwie, mit denen man groß geworden, so ein bisschen ist man, weißt du, also es ist nicht so, dass man immer gesagt hat, oh, der neue Film von Louis Gossett Jr. kommt, aber, die haben einen so begleitet, das waren so Gesichter, die man kannte, weißt du so. Ganz genau, ganz genau. Und die sind dann weg, auf einmal, ja, ja, das war bei, unsere Eltern hatten das wahrscheinlich auch so, die haben das wahrscheinlich nicht so thematisiert, so wie wir das jetzt machen, aber, ähm, klar, das war, äh, ähm, ja, das ist jetzt so, und wir sind da jetzt einfach, und spätestens, wenn deine eigenen Eltern nicht mehr da sind, dann ist ja schon klar, äh, ja, das ist jetzt, jetzt sind wir an der Reihe irgendwann so, und deswegen ist das, bin ich natürlich immer, äh, also, sehe ich zu, dass ich mein Leben so stressfrei und so, ja, halt so kreativ wie möglich fülle, und, und, dass ich, äh, genug Spaß habe, so, ne, und, ähm, Ich finde, da liegt ja auch eine Chance drin, also, das ja, so habe ich das ja auch gesehen, dass ich letzten Endes gesagt habe, du machst das jetzt, und so mache ich, lebe ich das ja jetzt seit einigen Jahren, äh, und gerade so seit einem Jahr extrem stark, dass ich letzten Endes nichts anderes mache, weil ich auch denke, mach, ja, tu es, weil irgendwann ist es zu spät, und jetzt mach es, und so, und setz da alles rein, weil jetzt ist die Zeit, also das ist immer so das, was ich denke, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, ganz genau, ja, und deswegen finde ich, und das ist auch dann, was mir, wo ich dann denke, ja, okay, aber, man, du wolltest noch einen Film machen, ja, aber dann nimm dir das vor, dann mach das irgendwie im Kopf. Aber weißt du, das ist, das ist so wichtig, ähm, dass man auch manche Sachen einfach loslassen kann, weißt du? Ja, auch das. Das ist, das ist genauso wichtig, und, äh, dass man da auch nicht mit sich selber dann so hadert, oder, ähm, oder sauer ist auf sich selber, so, oder, oder irgendwie, dann denkt, ach Gott, was bist du für ein Loser, weil er das nicht gemacht hat. Einfach auch mal Sachen loslassen können, das ist tatsächlich auch eine Kunst für sich, und aber auch wichtig, finde ich, also, ähm, ja. Also, weißt du, mir wird, mir ist klar, ich werde, aus mir wird nie ein großer, äh, ich werde nie, wahrscheinlich nie in irgendeinem tollen Writers Room sitzen, mit, mit anderen kreativen Köpfen, und so. Ich hab so meine, meine Kollegen, und, äh, mit denen ich zusammenarbeite, und wir tüfteln auch immer an irgendwas aus, aber mittlerweile ist auch so ein, weißt du, wenn du immer mit irgendwelchen Projekten, du, du, du entwickelst Projekte mit deinen Kollegen zusammen, und du bist so hundertprozentig davon überzeugt, dass das, also, wenn du das irgendeinem Streamer oder irgendeinem Fernsehsender anbietest, dann empfangen die dich mit offenen Armen, und weißt du, nein, das ist absolut nicht so. Und das macht einen auch manchmal, äh, oder was heißt, äh, hat mich auch mittlerweile so ein bisschen müde gemacht, weißt du, so immer gegen diese, weißt du, du hast eine super Serienbibel, und alle sind total happy damit, und dann sagen die, ach nee, wir machen, aber solche Sachen machen wir im Moment gar nicht. Ja. Weißt du, und dann, und dann wird das praktisch, oder, äh, äh, du versuchst eine Drehbuchförderung zu bekommen, und du bist dir so sicher, dass du mit deinem Projekt, äh, da offene Türen einrennst, und dann, dann, dann kriegt aber der, der Zuschlag irgendwas anderes, was dann wahrscheinlich auch nie, wirklich existiert, oder, äh, realisiert wird, sondern einfach, das, und das ist so, und das macht einen tatsächlich so ein bisschen müde, so, und, äh, und das ist das Schöne dann am Podcast, weißt du, guck mal, wir, wir machen das jetzt, wir nehmen das auf, und du, du bestimmst, wann das veröffentlicht wird, und dann schickst du dieses Baby nach draußen, wir haben keine Schwellenhüter, wie man so in der Heldenreise sagt, weißt du, keine Streamer, oder, oder, oder irgendwelche Fernsehsender, die uns vorschreiben, wann wir unsere Podcasts zu veröffentlichen haben, das sind, wir sind da unsere eigenen Chefs, das ist übrigens auch ein ganz, ganz großer Vorteil, äh, bei diesem Medium, finde ich, ne? Absolut, ja, insgesamt im Internet, also, ich war, ja, ich finde auch immer, also, wie man das Internet hat, sicherlich Vor- und Nachteile, ja, aber so diese, diese Art, die man machen kann, und ich habe das, ich habe das, ich habe ja schon vor, ja, jetzt mittlerweile sind es auch schon, naja, 10, 5, 12 Jahre, 13 Jahre habe ich ja auch mal eine Internetsendung gehabt, so eine politische Satiresendung, die habe ich drei Jahre lang gemacht und dann gab es damals noch Seven Load zum Beispiel, weiß nicht, ob dir das noch was sagt, das war so ein deutsches, so ein deutsches YouTube war das und die hatten so Kanäle auch und da haben dann irgendwelche Content-Leute, haben dann ihre Sendungen gemacht über alles Mögliche, teilweise wurde es auch gefördert, also auch finanziell tatsächlich von Seven Load gefördert, mittlerweile gibt es das nicht mehr, also schon länger nicht mehr und da hatte ich auch einen Kanal mit dieser Sendung zum Beispiel, unter anderem, es war aber alles so in den Kinderschuhen, dass damals hat das noch keiner richtig geguckt, also, weißt du, Podcasts waren ja auch noch nicht so populär, also alles war noch nicht so populär und trotzdem habe ich immer diese Arbeit als so eine Art Pioniersarbeit gesehen, weil man konnte das produzieren, also wir haben, ich habe das mit echten Schauspielern aufgenommen, Greenscreen und so weiter, man hat das produziert, geschnitten, und eingestellt und das war so ein bisschen Pioniersarbeit, hatte ich das Gefühl, für alle, die da das gemacht haben, wie man im Fernsehen vielleicht früher irgendwas produziert hat und hat es dann gemacht und geschaut und es war ohne Korrektive zum Beispiel auch, ja, so, jetzt, heute hat sich das alles natürlich entfaltet und jeder macht irgendwas und es wird immer schwieriger und so weiter, dann auch sich vielleicht zu etablieren, aber trotzdem sind die Möglichkeiten halt da, man kann einfach hingehen und sagen, ich mache das jetzt. Ganz genau. Und man hat auch gleich das Feedback halt letzten Endes, ja? Eben, genau. Wenn es scheiße ist, guckt es halt keiner. Das ist richtig, genau. Und das ist ja, wenn du, ich meine, als ich damals für Cobra 11 geschrieben habe, da war das schon auch so, da war das auch sehr fix. Also wenn du bedenkst, was für ein Produktionsaufwand das war, es hat, also wir haben es geschrieben und dann hat es ungefähr so drei Monate gedauert, bis es gesendet wurde. Also das war, und das ist eine irre, irre schnelle Zeit. Also das war, ne, es war sehr, sehr kurzes Feedback, aber das ist ja eher die Seltenheit. Also, und das ist auch das, was ich so liebe. Ich mag das, wenn, wenn dann Launch Day ist von, von irgendeiner neuen Sträter Bender-Streeberg-Folge, so, dann beobachte ich das schon ganz genau, wie, wie so die Klickzahlen sind. Also so die ersten drei, vier Tage finde ich das schon sehr interessant und fiebere da auch immer dann mit und frage mich dann auch immer, warum läuft die Folge jetzt nicht so gut? Warum ist die jetzt erfolgreicher wie die letzte Folge? Warum wären wir tatsächlich jetzt hier bei der aktuellen Folge, ist das so, dass wir, dass wir mehr gehört werden, dass die mehr gehört wurde, also als, als gesehen, hat das was mit Ostern zu tun, weißt du? So, wir haben, wir haben, am Karfreitag haben wir veröffentlicht, wahrscheinlich. Ja, und das, das ist aber das, das, das Tolle an diesem Medium, dass du, du bist praktisch dein eigener Showrunner. Ja. Und, ähm, das, das alleine ist schon, das darf man nicht unterschätzen, finde ich. Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, beziehungsweise, da ist aber manchmal auch die Erwartung, also habe ich auch, kenne ich das, äh, von der Erwartungshaltung, dass man, äh, sagt, wenn ich die Sendung mache mit dem Gast, das wird, das wird toll und so weiter. Und das ist nie so. Es ist nie so. es wird immer, das, das funktioniert meistens nicht und es sind meistens die Sachen, wo man überhaupt nicht mit gerechnet hat, die dann auch höher geklickt werden. Warum auch immer. Warum auch immer. Ja, ich glaube, das hat dann echt was mit dem Algorithmus zu tun, tatsächlich, wo du, äh, wo dein Podcast oder dein Format, wo das, äh, empfohlen wird. Mhm. Und dann ist das tatsächlich, äh, ja, weiß ich auch nicht. Also, man steckt da nicht drin. Ja, also, ich hatte, ich hatte hier letzt, vor gar nicht so langer Zeit, ist nicht so lange her, habe ich, habe ich Dani Levy, den Regisseur hier in der Sendung gehabt. Der hat vorher sich so auch meine YouTube-Sachen angeguckt und hat gesagt, ja, das ist, also, weil der sich auch nicht so extremst mit diesen Sachen beschäftigt und hat gesagt, Wahnsinn, also manche Sachen sind, äh, unglaublich, haben Tausende von Aufrufen, manche haben 40, also, was ist da, wie funktioniert das, ja, aus seiner Sicht so. Und dann habe ich auch, und habe diese Folge gemacht mit ihm, ich finde, die ist super, aber, also, es gibt kaum Leute, also, es gibt so durchschnittlich, jetzt nicht so, ja, äh, weil für die, also, ich finde, ich finde ihn toll, ich finde auch, er ist nicht so oft in Interviews und über die Themen, die wir schon lange nicht mehr gesehen, ja, ist ganz interessant und alles, und so weiter, ist ja auch schon ein bisschen bekannter deutscher Regisseur, aber du musst ja erstmal dann auch die Leute finden, die, die das gucken, die das interessiert, dann ist das vielleicht auch eine ältere Generation, weißt du, die jungen Leute kennen den gar nicht. Das ist genau das Problem, und da sind wir dann wieder, beim Älterwerden, weißt du, das ist ja, das ist ja auch immer ein, ein Dauerthema, dass wir, äh, dass wir ja immer noch denken, das habe ich gerade jetzt erst im, im aktuellen Podcast gesagt, wir denken immer noch, wir sind die Zielgruppe, weißt du, aber, aber das sind wir nicht mehr, und, äh, und, ich meine, guck mal, ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal mit den Rocket Beans, ja, bei Kino Plus zu Gast waren, Torsten, ich und Hennes, ganz genau, und, und dann habe ich das, als sie das gesendet haben, im, im, im Chat konntest du das verfolgen, und da waren Leute dabei, die, die kannten selbst Torsten nicht, ja, was ist das für ein Alter, ne, ne, und, und das ist ja, dann, dann, und dann weißt du ganz genau, naja, das ist wirklich eine andere, andere Welt, die leben in einem ganz anderen Universum, als du selber, und, das ist auch einfach so, und, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber uns ist das ganz klar, 18-Jährige, also konsumieren uns überhaupt nicht, gar nicht, das geht wirklich, bei 35-Jährigen geht das los, ja, und hört aber auch bei 65-Jährigen, dann auch genauso schnell wieder auf, also, das ist so, das ist so diese Spannbreite, so, ja, ja, das ist bei mir ganz genauso, und das ist aber auch die Konzentration darauf, gerade wenn es um Filme geht, ich mache ja sehr viel da, so wie im Retro-Bereich, also, dass wir sehr viel über Alte sprechen, und da hast du natürlich auch mit Kennen und mit diesen ganzen Sachen, erreichst du ein Zielpublikum, das sind alles Männer zwischen 35 und 50, die halt explizit nach diesen Kindheitserinnerungen suchen, und da kommst du sogar mit solchen Themen weiter, als wenn du sagst, ja, wir reden jetzt über den, über Martin Scorsese oder so, ja, sondern das ist so ganz spezifisch, weil das ist so dieses Guilty-Pleasure-Wohlfühl-Ding und so weiter, und das funktioniert ganz gut sogar, also ich habe da noch, ja, absolut, muss man wirklich sagen, und natürlich junge Leute, also, weißt du, was ich dann manchmal denke, auch wenn man sagt, ja, man erreicht junge Leute nicht, klar, das Medium, alles ist größer geworden, es gibt viel, viel mehr, und es ist viel schwieriger als früher vielleicht, und Fernsehen, es hat nicht mehr die gleiche Bedeutung, und früher konnte man eher sagen, so, man hat jetzt drei Filme, auf die freut man sich dieses Jahr, und jetzt hat man 5000, und man weiß gar nicht genau, wann, wo was läuft, und ob man überhaupt dazu kommt, und der war Kino, jetzt ist er aber am nächsten Tag schon im Stream, und irgendwann ist alles zu viel, aber auf der anderen Seite, die, sag ich mal, wenn man trotzdem ein bisschen schaut nach früher, und sagt, die Leute, die Fernsehen gemacht haben, die Shows, die man sich angeguckt hat, das waren doch ältere Leute, das waren doch nicht, das waren auch manchmal, was weiß ich, bei irgendwelchen Kindersendungen, waren das dann jüngere Moderatoren, aber es waren doch trotz alledem auch meistens ältere Männer, sagen wir mal, die haben Unterhaltungssendungen gemacht, und ich hab mir das dann mit zwölf, dreizehn angeguckt, und hab nicht gedacht, nee, das interessiert mich nicht, weil ich bin ja gar nicht so alt wie die, sondern das ist manchmal auch das, was man sagt, über, wenn man heutzutage in Hollywood mehr Kinder in Franchises reinbringt, wie jetzt jüngst in dem letzten Ghostbusters Film, und der dann ein bisschen zu so einem Kinderfilm mutiert, meiner Meinung nach, und jemand gesagt hat in einem Podcast, in einem amerikanischen, komisch, als ich ein Kind war, hab ich mir solche Filme angeguckt, und ich wollte aber sein, wie die älteren Ghostbusters zum Beispiel, oder ich wollte sein, wie die älteren Männer, ich wollte nicht sein, wie die Kinder, die da mitspielen. Weißt du, also, und das ist die Frage, hat sich das heute dann verschoben, oder ist es vielleicht auch so, dass wir mehr, vielleicht sogar darauf pochen müssen, dass wir sagen, Moment mal, wir sind jetzt diejenigen, die die Unterhaltung hier machen, und nicht die Jungspunde, weil, das war bei uns früher ja auch so, da haben die Älteren die Unterhaltung gemacht, und nicht die jungen Leute. Ja, 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 also, mach mir da keine solche großen Gedanken, weil, wie gesagt, unser Publikum, das ist das, was es ist. Wir haben, ich bin zufrieden mit, mit der Community, die wir haben, und eigentlich sogar richtig glücklich. Wir haben ja, wir sind ja auch bei Patreon unterwegs, und das sind ganz, ganz tolle Leute, mit denen wir auch so im regen Austausch sind, und bei unserem letzten Live-Podcast in Hamburg, das machen wir ja immer einmal im Jahr, da war, das war praktisch ein Heimspiel, da waren fast nur Patreons, und das, das tut so gut, ne, und ich finde das, ich finde das sehr schön, ich meine, ja, klar, du hast recht, also, ja, genau so ging es mir auch, also, ich habe mich ja immer, habe mich ja nie irgendwie an irgendwelchen Kindern so orientiert, die in irgendwelchen Filmen dann so gerettet werden mussten, oder, oder irgendwie eine wichtige Rolle spielten, sondern immer nur an, klar, an, 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 die harten Kerle, weil so wollte man sein, irgendwie, aber, ähm, ja, also, ich finde, ja, also, ich habe auch, weiß nicht, man hat auch Goonies geguckt, aber man, aber man hat halt auch stirblangsam geguckt, und wenn man die Wahl hätte, weiß nicht, klar, die Freunde bei Goonies wollte man vielleicht sein, aber, naja, man wollte ja immer, ich meine, wir kommen ja noch aus einer Generation, ähm, wir haben das ja dann irgendwann, wir haben das ja immer irgendwie nachgespielt, aber auch einfach der Tatsache geschuldet, weil wir einfach viel mehr draußen waren, und weil wir viel mehr Freunde hatten, weil wir, äh, ich gehe jetzt raus, dann wusste die Mutter, okay, der kommt jetzt irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr wieder nach Hause, und das war etabliert, und dann hat man draußen total ein Kokolores gemacht, man hat entweder gepölt, oder man hat, äh, Cowboy und Indianer gespielt, oder man hat irgendwas gemacht, aber man hatte immer irgendwie Spaß in der Backen, irgendwie, und das war schon immer so wie die, wie die, wie die Goonies, klar, logisch, man hat sich natürlich solche Freunde gewünscht, wie in den Goonies, aber ehrlich gesagt hatte man die auch, glaube ich, zu einem großen Teil, ne, weil, also, ich hatte eine super Clique, also, da, das war immer eine, das war eine sehr, sehr schöne Zeit, ne, obwohl ich, kinomäßig, war ich immer so ein Einzelgänger, also, ich war eigentlich immer nur so, meist, die meiste Zeit über alleine im Kino. Ich war auch sehr viel alleine im Kino, muss ich sagen, weil es mir auch immer darum ging, den Film zu gucken. Bist du, bist du nicht auch, du hast doch auch was mit Gastro zu tun, ne, bist du Gastronomenkind, oder? Ne, ich bin kein Gastronomenkind, aber ich habe immer nebenbei, also, ich habe ja immer, ich habe ja eine Filmproduktion sozusagen, also, auch angemeldet, und habe ja auch in dieser Filmproduktion immer gearbeitet, auch eine Zeit lang, habe irgendwelche kleinen Filmchen produziert, für Firmen halt, so, solche Sachen, und dann die kreativen Sachen immer nebenbei und so weiter gemacht, aber habe immer in der Gastro, dann doch irgendwann immer wieder mal gearbeitet, jetzt insgesamt seit 14 Jahren, also mit Pausen natürlich, und jetzt bin ich seit über einem Jahr wieder Barkeeper in einer Gastronomie, und da verdiene ich meinen Lebensunterhalt, weil ich jetzt auch keine Filmchen mehr produziere, sondern ich mache ja nur diese Podcastsachen, und mit den Sachen verdiene ich bis jetzt noch kein Geld, ja, und das heißt, ich mache nichts anderes, ich gehe nur, mache nur, schneide nur Podcasts, nehme nur Interviews auf, und nachher habe ich wieder Schicht und mixe Trinks, also das ist das Einzige, was ich mache. Ja, das ist doch, so ein Standbein zu haben, das ist super, also, ja klar, und ich sitze ja auch nicht die ganze Zeit dann nur vom Rechner, sondern komme auch raus, und muss dann auch nicht auf Partys sozusagen, weil das ist auch ein großer Laden, da hat man auch immer das Gefühl, da ist immer was los, weißt du so, hat viele Vorteile. Ich war halt Gastro-Kind und ich bin ein Einzelkind, genau, und war ein Einzelkind, von daher war das Kino schon sehr früh so einfach mein Refugium, so, weißt du, wo ich einfach so für mich war, und ich mag das heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich dulde ganz wenige Leute neben mir im Kino, also mein Sohn, der ist da einer davon, oder ab und zu gehe ich auch mal ganz gerne mit dem Hennis ins Kino, und, oder mit Thorsten, waren wir jetzt erst wieder in Godzilla, was auch sehr, mit dem ganz Neuen da in diesem, mit dem ganz Neuen, der tatsächlich besser war, als ich gedacht habe, ich bin da wirklich mit, oder wie Thorsten sagte, mit minus vier Erwartungen drangegangen, und, also wenn du, irgendwo habe ich gelesen, das ist so, der Fast and the Furious, unter den Godzilla-Filmen, und das stimmt, also du musst einfach dein Kopf, dein Gehirn komplett ausschalten, dann hast du Spaß, ne, und, dann, dann funktioniert der Film echt super, und, naja, also, was wollte ich sagen, ja, genau, also für mich war Kino, ich weiß noch, das erste Kinoerlebnis mit meinen Eltern tatsächlich, weiß noch ganz genau, es war irgendwie, jetzt müsste man mal nachgucken, was war er da, Aristocats, oder Bernhard und Bianca, ich vermute mal Aristocats, ich glaube auch, ja, genau, da war ich mit meinen Eltern drin, und ich weiß noch, wie gebannt ich dann auf die Leinwand geguckt habe, und dann mit einmal gucke ich da, und da liegst du da rechts, und waren beide am pennen, also, klar, ich meine, die sind Gastronomen, die haben halt, das habe ich auch schon auf dem Podcast erzählt, die einzigen beiden Tage, wo die frei hatten, wo die wirklich frei hatten, das war Heiligabend, und der erste Weihnachtsfeiertag, sonst waren die nur immer im Laden, von daher habe ich sehr viel Zeit im Kino verbracht tatsächlich, also Kino hat mich wirklich sozialisiert, muss man so sagen. Weil es auch für dich, also, weil ich kenne es halt so auch von mir, so ein bisschen wie so eine Flucht auch, also, dass man sich so rein geflüchtet hat in so Welten. Ja, sagen wir mal so, es ist nicht, es kam einem ja damals nicht so vor, sondern, ich bin, war halt ständig irgendwie, ah, guck mal, das interessiert mich, das interessiert mich, und dann irgendwann war man ja dann auch alt genug, oder halt noch nicht alt genug, dann in die Bali-Kinos zu gehen, diese Bahnhof-Lichtspielhäuser, die ja immer so ein bisschen, das ist mir auch Jahrzehnte später erst bewusst geworden, praktisch unsere Exploitation-Kinos waren, so, da hat man ja wirklich im täglichen Wechsel Louis de Finet, Schulmädchen-Report, und dann, äh, die Todesbuch der Schaulin, Schulmädchen-Report Teil 2, verstehst du so, das ging ja, das war ja immer so dieses Wochendings, und da haben wir dann unsere Poster geschnorrt, bei dem Chef, das war wahrscheinlich der, der, der Vorführer, der, der hatte dann uns immer irgendwelche Werbematerialien so gegeben, wenn wir dann die, die Flyer auf dem Parkplatz hinterm Bahnhof verteilt haben, weißt du, dann haben wir immer Poster gekriegt von, irgendwelchen Gruselfilmen oder so, das war immer total toll, ich hatte eine riesen Poster sammeln, ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist, keine Ahnung, aber, ähm, ja, und das war dann, äh, und ich weiß so immer, dass meine Mutter gesagt hat, nee, ins Bali-Kino, da, da gehst du nicht, und ich hab halt, hab's dann halt trotzdem gemacht, ne, und, äh, ich mein, er erzählt ja auch immer, auch da, äh, er erzählt ja auch immer gerne die Geschichte, da, als ich mal in meinem ersten Softporno da gesehen hab, weißt du so, was das für ein Akt war, da reinzukommen, da war ja, die, die Ausreise aus der DDR war einfacher, als, äh, als ins, ins Bali-Kino zu kommen, wenn irgendwie, der Teufel in Miss Jonas, ne, weiß noch ganz genau, wie ich, wie ich dann, äh, das tatsächlich geschafft hab, da reinzukommen, und ich mach diesen Vorhang auf, und das, das Besondere bei Bali-Kinos war ja immer, das muss man ja den jungen Leuten erzählen, äh, das war ja so ein, ähm, also du konntest reingehen, wann du wolltest, und du konntest auch so lange drinnen bleiben, wann du wolltest, ne, also du konntest wirklich morgens um 8 Uhr reingehen, hast die erste Vorstellung geguckt, und konntest hocken bleiben bis nachts, ne, das war so ein, so ein, so ein Programm-Durchgangskino, eben für Leute, die, wo der Zug eine halbe Stunde später kommt, die gehen dann halt für 2, mal 50 ins Bali eben, um die Zeit so zu schlagen. Naja, auf jeden Fall, der Film war mittendrin, und ich komm rein, und ich seh diese massen, riesigen Brüste, auf der Kinoleinwand, und, äh, ich erzähl ja dann auch immer so ganz gerne, und es ist tatsächlich auch so, ich weiß bis heute nicht, wie ich dann in die dritte Reihe gekommen bin, ich weiß nicht, eben, wahrscheinlich bis so geschwebt, oder so, keine, keine Ahnung. Ja, und dann war immer so dieser, dieser, es hieß ja dann immer, ja, aber warte, wenn der Kontrolleur kommt, weißt du, so, dieser, äh, dieser, dieser ominöse Bullemann, der da offensichtlich dann irgendwann, reißt, kam nie einer. Also, Bali Kino, ähm, dieses Kino, das hat mich auch sehr geprägt, weil ich da so viele unterschiedliche Filme gesehen habe, ganz, ganz viele Horrorfilme, ganz viele Martial Arts Filme, ab und zu mal ein, eine, Softporno, die, und als dann RTL später damit anfing, weißt du, diese ganzen Filme im Fernsehen zu zeigen, habe ich gedacht, was für eine Sauerei, ich musste mir damals noch den Arsch aufreißen, um diese Filme, um Ingrid Steger nackig zu sehen, und, und, äh, jetzt laufen die, laufen die alle im Fernsehen, weißt du so, aber es war, es war eine geile Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, also, das ist, ähm, das war schon, war schon toll, das gibt's heute nicht mehr, weißt du, diese, diese Art von Exploitation, weißt du, diese ganzen Canon Filme und so, die, die wurden ja da rauf und runter gezeigt, und du wusstest ja, und wir hatten ja damals auch keine Videorekorder, die kamen ja dann erst, weißt du, das war ja, das war ja für uns, war das ja bahnbrechend, weißt du, dass du irgendwas aufnehmen konntest und das dann irgendwann mal gucken konntest, und, äh, damals war das halt so, die Filme waren aus dem Kino raus und du konntest immer, so ein halbes, ein halbes Jahr später, liefen die dann im Bali-Kino, und das war praktisch dann unsere Gelegenheit, diese Filme nochmal zu sehen, und deswegen, äh, hab ich mir, damals war es ja diese berühmte Geschichte mit mir, als dann Dawn of the Dead, Zombie, als der dann endlich da lief, hab ich mich wirklich, äh, vorbereitet für einen langen Tag, und da ist dann diese, diese Fleischwurst-Geschichte, ich weiß nicht, kennst du die? Ne, ne, kenn ich nicht, das ist, äh, werde ich ganz oft drauf angesprochen, äh, das ist, äh, ich hatte mir, ich hatte mich auf einen langen Tag vorbereitet und hab mir auch Proviant eingepackt, unter anderem auch eine Fleischwurst, und das Kino war voll, das war die Kino, weißt du, so Bruce Lee-Filme oder so, die waren immer pickepacke voll, also das war ein richtiger Blockbuster da immer, und, naja, ich saß in, in Zombie und hab da meine Fleischwurst gegessen, mit einmal kommt so das Licht von der Seite und dann sagt ein so Typ, ja, der da, ne, und dann bin ich echt aus dem Kino geschmissen worden, weil ich, weil ich in einem Zombie-Film eine Fleischwurst gegessen hab, und der Geruch von der Fleischwurst, Hennes sagt immer, das ist eine warme Fleischwurst, das war keine warme Fleischwurst, aber das ist auch völlig egal, der Geruch muss wohl gereicht haben, dass, da bin ich echt rausgeschmissen worden, aus dem Film, und, ja, das, aber, weißt du, da haben wir, wegen deinem Alter, es war nicht wegen deinem Alter, obwohl, ich war auch zu jung, weißt du so, äh, Jugendschutz, das gab's ja, im, im, im Bahnhöfen existierte das ja nicht, so, weißt du, im Bahnhofskinos, da konntest du immer irgendwie, irgendwie hast du es immer geschafft, da reinzukommen, weißt du so, und, und gerade bei, bei Softpornos haben sie sich ein bisschen angestellt, aber, äh, bei, bei Martial Arts oder Grusel oder die reitenden Leichen oder so, da existierte das de facto nicht, also, das war den, das war diesen älteren, Damen, das waren ja immer so ältere Damen, die dann auch immer ihr Häkelzeug mit dabei hatten und dann hinter der Kasse saßen, dem war das auch völlig egal, also, den, äh, da bist du dann halt einfach reingegangen und, äh, ja, ne, und dann so lange drin geblieben, wie, wie du nur konntest, ne, ich weiß noch einmal, und das, das war dann immer so, dass du dann immer drei Vorschauungen gesehen hast, ne, wir zeigen ab Donnerstag und dann kommt, äh, dann kommt immer ein Trailer und dann ab Freitag, ab Samstag und so, und einmal muss der Vorführer sich vertan haben und hat, äh, die Porno-Trailer, also die Soft-Pornos reingelegt, ne, und dann saßen wir alle da, wir, wir blagen, wahrscheinlich wieder irgendeinen Jerry-Louis-Film geguckt und haben plötzlich drei Trailer gesehen von irgendwelchen Soft-Pornos-Filmen und das war, es war unfassbar, also wir, wir waren, äh, es war unglaublich, es war so fantastisch, dass wir alle uns eingebildet haben, wir gucken diesen Film, den wir jetzt gerade gesehen haben, gucken wir nochmal, damit wir dann diese Trailer nochmal sehen können, was natürlich totaler Mumpitz war, weil er das längst gemerkt hat und, aber du konntest ja nicht, du kannst ja, wenn einmal so ein Film läuft im Projektor, kannst du ja nicht zurückdrehen, es geht ja nicht, ne, heute wäre das, glaube ich, möglich, weil die Filme kommen ja alle von der Festplatte, aber damals war das halt nicht möglich, aber dieser, dieser Gedanke, weißt du, dass du, ne, ihr müsst unbedingt hier sitzen bleiben, weil das kommt gleich nochmal, was. Super. Ja, das ist echt, das einmalig ist es sozusagen, ja, das ist auch, das kann man heute auch gar nicht mehr richtig erklären, weil sich das Kino und so, alles so verändert hat. So verändert hat, ne, und diese Filme, ich meine, die existieren ja noch, du musst sie, teilweise findest du sie auch, ähm, wenn du so ein bisschen gräbst bei YouTube, gibt es ja auch wirklich Kanäle, die so komplette, ähm, also wenn du irgendeinen Filmtitel suchst, ist immer so mein Tipp, dass man danach eingibt noch, äh, was weiß ich, ich sag jetzt mal, äh, der Fluch der reitenden Leichen oder so, und danach immer eingeben, Full Movie, und dann ist die Chance tatsächlich groß, dass dieser Film tatsächlich bei YouTube von irgendeinem Hiopi, irgendwo hochgeladen wurde, und das ist da, YouTube ist da manchmal echt eine totale Schatzkiste, muss man sagen. Ja, ja, es gibt auch, ich hab auch grad letztens einen Kanal entdeckt, wo der wirklich auch wie so Trailer, also wie Original-Kinotrailer aus den 60er, 70er Jahren, die aber auch die Original-Trailer sind, also tatsächlich auch, ja, mit Film-Grain und so, und Film-Fehlern und so weiter, dann irgendwie so, wie das, und die auch nacheinander sozusagen, also nicht nur einer, sondern es ist wie so vier Stück, und der sagt dann auch, und das lief 1985 vor diesem Film. Super, super. Das ist sowas, das ist großartig. Ja, das ist großartig. Der beste Trailer, den haben wir manchmal auch, wenn wir in Hamburg live auftreten, dann zeigen wir den auch, einfach, weil der totalen Spaß macht, und das kannst du gleich machen, wenn wir fertig sind, die Todesbucht der Schaulin. Der ist unfassbar, weil der geht so lang, dass du schon fast das Gefühl hast, du hast den ganzen Film gesehen. Und das Beste sind immer diese, diese männlich, für das männliche Ich, in Blut geschrieben, das Todesbucht der Schaulin, das wird so oft erwähnt, die Todesbucht der Schaulin, dass wir daraus ein Spiel gemacht haben, in Hamburg, und haben hinterher gefragt, wie oft ist das gesagt worden? Und ich glaube, es ist acht oder neunmal, es ist großartig. Und ja, ich liebe diese Trailer. Wenn ich die finde, spiele ich das nochmal ein am Ende. Genau, weil man regt sich ja heute auch, zu Recht finde ich auch, total oft über Trailer auf, die einfach viel zu viel verraten. Aber die Trailer zu der Zeit, die haben auch kein Ende gefunden. Du hast wirklich hinterher, also heute habe ich so das Gefühl, die gehen alle so zwei Minuten, zehn Sekunden, die Trailer. Das ist so die Zeit. Aber damals, da war so drei, manchmal sogar drei, fünfzig oder so, war nicht ungewöhnlich. Und das ist eine verdammt lange Zeit für einen Trailer. Da kannst du schon eine ganze Szene zeigen, weißt du so. Ja, ja. Ist großartig. Aber auch eben, weil du sagst, mit Kontrollen im Kino, in meiner Jugend, so in den 80er, 90er Jahren, wurde auch noch sehr stark kontrolliert. Tatsächlich? Wir hatten immer, wenn wir uns reingeschlichen haben, wirklich dieser Moment, bis, da musste fast schon irgendwie die ersten 20 Minuten des Films überstehen, weil die manchmal auch noch gerne in den ersten Minuten reingekommen sind mit der Taschenlampe. Ehrlich? Und haben geguckt, ja, ja. Also ich meine, das war dann halt ein normales Kino, ja. Das war jetzt kein Bahnhofskino oder was auch immer, sondern ein normales Kino. Und da wurde streng geschaut. Und heute, jetzt meine Tochter ist 15, ist ein blödes Alter, sagt sie immer, weil sie kann auch nicht in die 16-jährigen Filme, fühlt sich aber schon so und will die 12-jährigen Filme nicht mehr sehen, ja. Also blöd. Also muss sich reinschleichen, ja. Da ist aber quasi keiner mehr da, der kontrollieren würde, weil da letzten Endes nur einer, einer sitzt an der Kasse, der andere verkauft Popcorn und sobald er sein Popcorn verkauft hat, geht er nach Hause und wenn du aus dem Kino gehst, also hier gerade in einem großen Kinopolis, was wir hier haben, da ist kein Mensch mehr. Manchmal ist noch ein, so ein Sicherheitstyp oder irgendwie so, aber da ist keiner mehr da, der kontrolliert. Deswegen, die können im Grunde in jeden Film gehen, den die wollen. Kein Mensch kommt da rein. Kein Mensch. Also diese, wir haben das ständig gemacht, als dann in den 80ern plötzlich die Kinobesitzer auch hier in Bochum auf die Idee kamen, wir können aus unserem einen Kino, können wir ja sechs Kinos machen irgendwie dann wirklich in der letzten Besen kann man noch ein Kino reinquetschen. Da war das ja immer so, weißt du, da konntest du in diesen, du bist ja den Gang oder du musstest hoch ins Kino 5 und bist dann halt einfach ins Kino 2 gegangen. Da hat ja keiner mehr aufgepasst, weißt du so. Wenn dir unten einer die Karte abgerissen hat, dann hat in der Mitte keiner mehr aufgepasst, ob du da reingehst. Also ich meine, das war immer ein großes Hobby von mir und so, meine Version von Extremsport immer so mich in irgendwelche Sachen reinzuschmuggeln, die noch nicht für mein Alter freigegeben sind. Und das dann immer so richtig triumphierend. Ja, ich habe den schon gesehen. Ich habe Zombies schon gesehen. Weißt du so. Die haben damals auch die Kontrollen gemacht, weil du hattest noch, die Sitze waren auch noch unterteilt. Das ist ein Parkett, Sperrsitz hieß es glaube ich und Loge. Aber heißt das heute nicht immer noch so? Nee, heute ist ja, jeder Platz kostet gleich. Also bei mir, hier in Darmstadt kostet jeder Platz gleich. Egal wo man ist. Okay, okay. Ja, ich sitze sowieso immer vorne, also von daher. Ja, 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 genau. Also ich verstehe auch nicht die Leute, die ganz hinten sitzen, weil dann kann ich auch zu Hause Fernsehen gucken. Ja, ja, genau. Nee, ehrlich. Also wir saßen jetzt auch hier im IMAX bei dem Godzilla. Wir haben ja in Bochum wieder ein IMAX und ja, es ist ehrlich gesagt nicht so ein richtiges IMAX, aber es ist eine große Leinwand und da saß man in Reihe 12. Da hat der Thorsten erst vermutet, oh Gott, oh Gott, weißt du, aber es war super. Also das 3D war tatsächlich super und ich bin noch niemals ein großer 3D-Fan. Also für mich muss ein Film nicht in 3D sein, weil ehrlich gesagt, nach zwei Minuten habe ich das sowieso, sehe ich das irgendwann nicht mehr. Ja, ja, auch so. Also ich sitze da nicht ständig, da ich denke, oh, ich kann in die Tiefe gucken oder so. Also das hat für mich genau zwei Minuten lang, ist das interessant und dann ist das, um vor allen Dingen, wenn es gut gemacht ist, dann siehst du das sowieso nicht mehr. Aber egal, aber es war total toll, weil es war tatsächlich eine gute Entfernung zu dieser riesigen Leinwand und man hatte wirklich so das Gefühl, weißt du so, oh, 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 oh. Also da kam die IMAX-Leinwand mal so richtig zu Geltung. Super, das ist super. Jetzt will ich noch mal ganz zum Schluss dich auf Brandon Lee ansprechen. Du bist ja auch ein großer Bruce Lee-Fan. Wir haben das auch immer mal so angesprochen in der Filmeleihe, als wir über andere Filme gesprochen haben, und wir haben gedacht, wir müssen eigentlich noch mal über Bruce Lee-Filme sprechen. Sehr gerne. Und das machen wir vielleicht ja auch noch eines Tages, würde mich sehr freuen. Und jetzt hast du Brandon Lee getroffen, kurz vor seinem Tod, das hast du ja am Anfang gesagt, sechs Monate vor seinem Tod. Jetzt kommt ja wirklich irgendwann sogar das Remake, von The Crow. Von The Crow, ja. Aber das mit ihm, auch durch diese tragische Geschichte, ungeschlagen, oder? Ja, absolut. Er hat diese Rolle, glaube ich, sehr ikonisch gemacht. Und ehrlich gesagt, diese Crow-Verfilmung kommt einfach dem Original-Comic einfach total nahe. Die neue Version, ich meine, ich habe nichts gegen den Skarsgård, der war als Pennywise, war der klasse. Aber ich habe jetzt hier, und ich kann mich jetzt aber auch nur auf den Trailer stützen, ich habe so das Gefühl, man versucht mit allen Mitteln so diese, weil es gibt ja tatsächlich jede Menge Crow-Verfilmung. Ja, das stimmt, ja. Also das ist ja oft verfilmt und alle haben sich da aber so ein bisschen an das Original angelehnt und hier versucht man jetzt wirklich so komplett, nicht komplett, aber doch neue Wege zu gehen. Ja, okay. Also für mich war das damals interessant, weil Brandon Lee halt mitspielt, weil ich den halt toll fand und ja und das war halt tragischerweise seine letzte Rolle und das ist... Und du hast ihn getroffen bei der Pressevorführung für Rapid Fire? Von Rapid Fire, da war der ja tatsächlich... In Deutschland, oder? Das war nicht nur in Deutschland, in Bochum. Das war unfassbar, das war wirklich, ich bin durch Zufall, da war das UCI noch gar nicht so alt und ich bin durch Zufall, war ich im Ruhrpark hier, wo das UCI hier ist in Bochum und bin so durchgegangen durch das UCI, weil ich nach Karstadt wollte, glaube ich. Da konnte man da durchgehen, um das ein bisschen abzukürzen. Mit einmal stand da ein Poster, Brandon Lee als Stargast für Rapid Fire und ich habe gedacht, was? Weil, wie gesagt, ich bin ein riesen Bruce Lee-Fan heute noch und so ein Traum von mir war halt immer, mal mit Brandon Lee zusammenzusitzen und mal so über seinen Vater auch so zu reden und ja und dann war der da und er kam ein bisschen zu spät, weil er war auch ein bisschen krank und wir sind dann da hingegangen und dann haben wir noch, also ich habe zwei Leute da kennengelernt, den Roland Heep, mit dem ich heute noch eng befreundet bin und den lieben Kollegen Thorsten Schlaugmann, mit dem ich auch bis heute befreundet bin, wenn auch jetzt nicht mehr so, wir sehen uns nicht mehr so oft, aber durch diese Leidenschaft Bruce Lee, die Bran Lee sind wir halt heute immer noch befreundet und und da haben dann meine Frau und ich, wir haben uns dann so an die so drangehängt, weil die waren tatsächlich journalistisch unterwegs, die haben unabhängig voneinander haben die, der eine hat für die eine Schülerzeitung, der andere halt für die andere Schülerzeitung und da haben wir uns so ein bisschen mit drangehängt und dann saßen wir hinterher wirklich in so einer improvisierten Presse-Dings und und saßen Bran Lee ging war, habe ich sogar noch ein Foto, kann ich dir schicken und und das war ein absolutes Highlight, weil das ist mir dann hinterher war, weißt du, man hat ja immer so ein bisschen Schiss, wie dann, das ist das, was ich eingangs sagte, wie man, wie man, wie dann diese Leute, die man so, zu denen man aufschaut oder die man so idealisiert, äh, gibt's das Wort überhaupt, weiß ich gar nicht, also egal, auf jeden Fall, die man toll findet, wie die dann so sind, weil das kann ja auch ganz schnell nach hinten losgehen, aber im Fall von Bran Lee war das echt großartig, also der war total nett und hat sich alles angehört und ich habe ihn dann Fragen gestellt, weil mich hat zum Beispiel wirklich interessiert, wie er damit klargekommen ist, dass es diese ganzen Bruce-Plotation-Filme gab, weißt du, die mit Bruce Lye, Bruce Lowe, ach nee, das war der Sänger, aber du weißt, diese ganzen, ne, da gab's dann, es ist ein ganzes Genre und, ähm, ja, er hat sich da natürlich kurz gehalten und meinte, dass das natürlich wehtat, immer irgendwelche neuen Filme zu sehen mit dem echten Bruce Lee, weißt du, wo dann in dem ganzen Film irgendwie zwei Minuten aus irgendeiner Pressesache, die Bruce Lee irgendwann mal aufgenommen hat, das haben sie dann da irgendwie halbwegs, mehr oder weniger halbwegs elegant reingeschnitten und, ähm, ja, dass ihm das schon auch sehr geschmerzt hat, diese Filme, ne, und, ähm, das war dann so ein Moment, wo ich dann, als er dann gegangen ist, ich wollte den gar nicht gehen lassen, das war, das war so toll, weil, und da ist mir bewusst geworden, ja, guck mal, das ist jetzt wirklich ein Wunsch, den du immer dein Leben lang gehabt hast, der ist plötzlich erfüllt worden, weißt du, das ist so selten in unserem Leben, dass wirklich solche, solche Sachen passieren, das gleiche war mit, Spielberg auch, weißt du, als ich da in dem Hotel saß und, und, äh, die Pressefrau reinkam und meinte, äh, Mr. Spielberg ist noch was, der kommt gleich und ich sitze da und die ganzen anderen Kollegen, die waren so am, am wuseln und haben, haben irgendwas anderes gemacht und ich saß so ganz bei mir, mit mir alleine auf dem Sofa und hab gedacht, ja, jetzt kommt gleich, das ist das größte Idol deines Lebens, kommt jetzt gleich zu dieser Tür rein und dann setzt er sich dahin und dann redet er mit dir und das war so bizarr, der Gedanke, ne, ich weiß, andere Kollegen sind das gewohnt, ich meine, wir haben auch Margot Robbie getroffen, wir haben Will Smith getroffen, das war auch total toll und, äh, aber wir sind das halt nicht, äh, Sträter Bender-Streeberg, wir sind das halt nicht so gewohnt, dass wir halt, ähm, so Prominenz, so internationale Prominenz tatsächlich gegenüber sitzen, ähm, jetzt haben wir schon mittlerweile auch Jeff Goldblum, der Hennes hat Jeff Goldblum interviewt und so und das war schon alles toll, ähm, aber Steven Spielberg und Brennan Lee, das war schon so ziemlich, ja, und dann, dann ist er gestorben, ähm, S hast du vergessen, was? S, ach so, ja, genau, wir haben ja, wir haben ja auch noch, wir sind, sind auch, meine Frau erinnert mich gerade daran, dass wir auch eingeladen wurden, äh, hier mit dem, ähm, Andy Muschetti als S2 dann, äh, da haben wir auch in der Superrunde gesessen mit seiner Schwester Barbara zusammen, das war total toll in Hamburg, auch wieder mit den Rocket Beans, äh, so im Schlepptau, beziehungsweise die hatten uns im Schlepptau, das war auch nochmal ganz, ganz, äh, ein großes Highlight, weil der auch total super war, der war, der hat, der hatte totalen Spaß, also mit uns, äh, in dieser, in dieser großen Runde, nein, aber bei Bren Lee, was das, was das Interessante war, äh, und gleichzeitig auch das Tragische, sechs Monate später kam dann wirklich die Nachricht, dass er bei den Dreharbeiten zu The Crow, ähm, verstorben ist und dann wieder, ein Jahr später, glaube ich, rief mich mein Kumpel Thorsten, der dann, also wir wurden dann wirklich Freunde, rief mich an und meinte, hör mal, das hat einer gefilmt, komischerweise kann er sich da dran heute gar nicht mehr erinnern, aber, das hat tatsächlich einer gefilmt und mit einmal hatten wir Bren Lees Auftritt, hatten wir dann da auf einer ziemlich verwackelten, es stellte sich nämlich heraus, ich mache eine lange Geschichte kurz, dass der, äh, ein Vorführer vom UCI, der mittlerweile auch im Ruhestand ist, dass der es gefilmt hat und, äh, dann hatten wir da diese, diese ganze, diesen ganzen Auftritt von Bren Lee hatten wir jetzt auf Video, was total toll ist und ich habe dann aus diesem Video, habe ich so ein kleines Tributvideo, äh, geschnitten, das war noch vor YouTube und alles, so ein kleines Tributvideo geschnitten und, habe das dann praktisch für die, für die, äh, Schwester, also für Shannon Lee und für Linda Lee, habe ich das über so ein paar Ecken und, äh, so habe ich das tatsächlich geschafft, denen zukommen zu lassen und habe dann auch von Linda Lee, habe ich dann auch ein Dankeschreiben gekriegt und, ähm, ja, das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut und, ja und dann, ähm, ähm, weil das muss ich eigentlich erzählen in dem Zusammenhang und dann irgendwie vor ein paar Jahren bin ich plötzlich angesprochen worden von einer australischen Autorin und zwar, die gerade dabei war, eine Bren Lee Biografie zu schreiben und die ist auf mich aufmerksam geworden, weil, äh, irgendwie ist dann doch was von dieser Dokumentation, weil, mein erster Versuch, das, das zu, zu der Lee-Familie zu kriegen, war über eine Convention, weil ich wusste, dass Shannon Lee in London zu Gast war und ich habe das dem Veranstalter geschickt, dieses, dieses VHS-Tape, hatte es ihm geschickt und in der Hoffnung, dass der das dann weitergibt, aber der Schweinehund hat das natürlich nicht weitergegeben, sondern hat es für sich behalten, hat es sogar hinterher vermarktet und irgendwann sind Ausschnitte tatsächlich bei YouTube aufgetaucht und da ist ein ganz toller Ausschnitt und zwar, so fängt meine kleine Tribut-Dokumentation an, dass man meinen Kumpel Thorsten Schlaubmann hört, wie er sagt, hör mal, wie bist du, wie reagierst du auf Leute, die praktisch sagen, du bist nur berühmt, weil du den Nachnamen Lee hast und dann hat Bren Lee gesagt, fuck you, das war die Reaktion und dann fängt die Dokumentation an, für mich super geiler Anfang tatsächlich und dieses Stück war zum Beispiel dann bei YouTube und die hat, und ich habe einen Kommentar hinterher gelassen, weil einer hat ihm einen Kommentar geschrieben, das war nie im Leben Bren Lee, der würde nie sowas sagen und dann habe ich da drunter geschrieben, ich konnte es mir, ich konnte es, ich konnte nicht anders, habe ich da drunter geschrieben, doch er hat es gesagt und was auch warum, weil ich saß neben ihm und genau und dadurch wurde die dann auf mich aufmerksam und das Ganze, wir hatten uns dann irgendwie mitten in der Nacht, sie wohnt in Australien, haben wir uns dann unterhalten, ich habe ganz viel erfahren, tatsächlich, was so in ihren Recherchen und so, ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist und aus dem Buch, aber sie hat mich dann plötzlich gefragt, kurz vor Ende unseres Gesprächs, ist, dass sie ein paar Leute kennt in Los Angeles, die gerade dabei sind, eine Bren Lee Dokumentation zu machen und ob ich Lust hätte, mich mit denen zu unterhalten und dann habe ich das auch gemacht und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber diese Dokumentation, die ist mittlerweile, also so gut wie fertig, ich habe sie schon gesehen, sie ist ganz fantastisch und ja, so hat es, ich war dann derjenige, der dann dafür gesorgt hat, dass die, dieses Material, was dann gefilmt wurde, also ich habe dann praktisch in Deutschland diese ganzen Kontakte geknüpft, weil es gab Interviews, die mein Kollege Roland gemacht hat, es gab Interviews, die wir gemacht haben, es gab andere Interviews noch und ich habe diese ganzen Leute kontaktiert, inklusive dem Vorführer, der das gefilmt hat und das ist jetzt alles ein, ja man kann schon fast sagen, so ein bisschen so ein zentraler Teil in dieser wirklich großartigen Bren Lee Dokumentation, die man hoffentlich bald mal sehen kann. Ich habe das, du bist übrigens der Erste, dem ich das erzählt habe, selbst Thorsten und Hennes kennen diese Geschichte überhaupt nicht. Ich fühle mich total geehrt, ich finde es ist auch eine ganz tolle Geschichte, also wirklich, das ist, weißt du, was das so für einen Ripple-Effekt hat, weißt du so, ja. Ja, das auch und also das auch und trotzdem auch diese Figur, eben Brandon Lee, auch als wie in der Historie von, von im Film sozusagen, ja, im Filmbusiness, in unserer Generation auch und nicht nur, wenn man auch jetzt auch Fan war, zum Beispiel von den Bruce Lee Filmen, sondern auch so generell, hat da ja irgendwie auch was bedeutet, auch dieser tragische Tod und so weiter, dass damit sind, also ich bin ja damit groß geworden, so ein bisschen, ist diese Figur irgendwie geworden in diesem Film-Kosmos und jetzt so eine Geschichte dazu zu erfahren, finde ich, ich habe dir eben so gebannt zugehört. Es ist also, ich kann dir sagen, was ich zum Beispiel, was ich erstaunlich fand und so viel kann ich spoilern, aber das kann man sich vielleicht auch denken, es gab wirklich eine Zeit im Leben von Brandon Lee, dass der wirklich mit der, mit dem, mit der Legende um seinen Vater, also mit dem, mit dem, was dann für, also mit dem, mit dem, mit dem Ruf, mit diesem ganzen, also was sein Vater für alle bedeutet hat und heute noch bedeutet, sehr gehadert hat, sehr gehadert hat. Also er hat, es gibt, es gibt einen, so einen Film, da wurde er praktisch wirklich auch, er hat im Grunde den gleichen Weg gemacht, ich will jetzt gar nicht so ausschmücken, aber er hat damals einen Actionfilm gemacht und da hat er explizit gesagt, ich, ich mache keine Kampfszenen und die Produzenten haben gesagt, ähm, ja, ja, okay, nee, machen wir so, weißt du, und dann haben sie ihn aber trotzdem dahin gekriegt und das hat er mit so, so viel Abneigung gemacht, weil er wollte halt nicht in diese Schiene, ah, das ist Bruce Lee's Sohn, bis er dann irgendwann tatsächlich Frieden damit geschlossen hat und, und dann ist er halt, dann hat er praktisch, er ist ja noch nicht mal so alt geworden wie seinem Vater, er ist 28 geworden und das war, ja, es war sehr tragisch. Aber hast du denn seine Filmkarriere von Anfang an irgendwie, das hast du wahrgenommen sozusagen? Ja, 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 wir hatten ja damals kein Internet und, und ich weiß noch, dass ich damals in der Bravo war, mal ein Artikel, der hat ja tatsächlich auch in Kung Fu, es gab mal so ein Remake von dem, das war ein Fernsehfilm, dann mit David Carradine wieder, in der Rolle als Qui-Chang Kane, beziehungsweise, da war das dann, war das dann Qui-Chang Kane oder war das ein Nachkomme von Qui-Chang Kane, spielte das eher so in der Gegenwart, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall spielte da Bren Lee mit und es hieß ja immer, es gab ja immer diese Legende, dass eigentlich Bruce Lee für Kung Fu gecastet werden, dass der da die Hauptrolle spielen konnte und die Produzenten damals gesagt haben, nee, der ist uns zu asiatisch. Aber es war gar nicht Kung Fu, tatsächlich und das habe ich auch erst Jahre später erfahren, sondern das Konzept war praktisch The Warrior, diese Serie, die es ja jetzt gibt, das war das Originalkonzept von Bruce Lee und das sollte verfilmt werden und da hat man damals gesagt, nee, das ist so, also es war nicht Kung Fu, deswegen war ich auch jahrzehntelang nicht mehr sauer auf David Carradine. Und ja, also es war Bruce Lee und Bren Lee ein ganz großer Teil meines Lebens tatsächlich. Denkst du denn, dass, also jetzt mal einfach so, wenn man so fantasiert, wenn er nicht gestorben wäre, dass er also ganz großer geworden wäre, dass er auch, also auch so, auch auf meinen Augenblick. Bruce Lee oder Bren Lee oder beide? Bren Lee, Bren Lee. Also Bruce Lee ist ja im Grunde eine Legende geworden, kann man ja sagen. Ja, ja. Aber Brandon Lee ist ja, ja. Zum Beispiel, kennst du den Film Der Mann von Hongkong? Vom Namen her, ja. Mit Jimmy Wang Yu. Warte mal, ich nehme mal ganz kurz. Ja. Weil ich es jetzt hier zufällig liegen habe, weil ich es jetzt hier rein zufällig liegen habe. Hier. Das ist Der Mann von Hongkong mit Jimmy Wang Yu, dem Steve McQueen Asiens. Der Film, das ist eine chinesisch-australische Co-Produktion, deswegen taucht auch George Lazenby auf und einige Max-Darsteller tatsächlich, die tauchen da auf und es ist ein großartiger Actionfilm. Der ist von 1975. Bruce Lee ist 1973 gestorben. Also ich bin mir ziemlich sicher, weil an dem Tag, wo Bruce Lee gestorben ist, sollte er sich mit dem Raymond Shaw, dem Produzenten von Golden Harvest, was zur Hälfte Bruce Lee gehörte, die Produktionsfirma, und George Lazenby, der ja damals noch gut im Geschäft war oder was heißt gut im Geschäft war? Also der war ein ehemaliger Ex-Bond. Und die sollten sich zum Abendessen treffen und zu dem Treffen ist es halt nie gekommen, weil Bruce Lee verstorben ist. Und ich verwette meinen Arsch da drauf, dass das hier Bruce Lee geworden wäre. Weil das lag garantiert in der Schublade und man wollte das haben. Und ja, also Bruce Lee wäre garantiert ein ganz großer geworden. Der würde wahrscheinlich heute noch hinter der Kamera aktiv sein, so wie Jackie Chan das ja jetzt auch oft macht. Und Bran Lee doch, weil Bran Lee hat ein unheimliches Charisma gehabt, finde ich. Das war einfach ein super netter, guter Typ. Und ich hätte den damals, als es so zum ersten Mal kam, ja, jetzt eine richtige Spider-Man-Verfilmung, ich hätte den als Peter Parker, ja, der wäre perfekt gewesen für mich. Also damals. Ich meine, ich denke halt so an diese Filme, Rapid Fire oder Showdown in Little Tokyo habe ich hier auch stehen mit ihm und Dolph Lundgren und so. Aber natürlich ist das auch sehr durch The Crow natürlich auch nochmal, vielleicht hat ihn das, das hat ihn ja so ein bisschen auch unsterblich gemacht, muss man sagen. Ja, natürlich. Und ich meine, dass das dann auch noch in der, ja, dass er wirklich in dieser Szene, wo dieser Eric Draven, hieß er, glaube ich, dass in dieser Szene, dass er dann da tatsächlich auch stirbt. und das ist ja so, das kannst du ja an, an Drama kannst du das ja nicht mehr überbieten. Also das ist ja, weiß ich nicht, also das ist so gruselig. Das, ja. Schon hart. Das ist wirklich hart und sehr, sehr tragisch, weil ich hätte dem echt eine ganz tolle Karriere gegönnt und die hätte er auch garantiert gehabt. Aber das ist, wie gesagt, war eine ganz tolle Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast und auch vor allem dieser, und das, was du jetzt auch nochmal sagtest, eben mit Spielberg, diese Momente, die man sich, oder bei denen man nie geglaubt hat, dass sie sich irgendwann erfüllen. Und das sind ja auch wirklich so Sachen, die man, glaube ich, da träumt man als Kind auch von, glaube ich. Ja, ja, natürlich. Aber so, das ist alles so weit weg und dann auf einmal wird das so, wenn das dann Realität wird. Das ist so, das ist unglaublich eigentlich. Und ich kann dir sagen, also das, da an dieses, an diesem Treffen, da wurde, glaube ich, ein Jahr lang, wurde, weil als klar war, dass er Rapid, äh, Rapid Fire, Blödsinn, dass er Ready Player One macht und dass das ein Warner Brothers Film wird und es plötzlich klar wurde, es war so ein Dreivierteljahr vorher, da habe ich dann schon unsere, unsere Kontaktpersonen, lieben André, in, in, der hat sich da so bemüht, der hat sich da so reingekniet irgendwie und dann hieß es immer, ja, es passiert, es passiert doch nicht, ja, es passiert, es passiert doch nicht, ne. Und dann irgendwann meinte dann auch der Hennes, ähm, ach ja, ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt extra nach London will. Und dann habe ich ihm Hennes geschrieben, ich sage, Hennes, ohne Scheiß, das ist jetzt eine Once-in-a-Lifetime-Belegenheit. Once-in-a-Fucking-Lifetime. Und lasst uns das machen. Und da hat er dann auch gemacht und, äh, wir hatten eine großartige Zeit. Also es war ganz, ganz fantastisch, weil wir hatten danach noch, glaube ich, ein oder zwei Tage in London. Für uns, es war super. Ja. Ja, lieber Gertri, ich würde wirklich sagen, hier am Ende unseres Gesprächs, ich wünsche dir noch ganz viele solcher Momente, die du hoffentlich haben wirst, ähm, weil jetzt ist die Zeit, ja? Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Und dementsprechend, äh, gerade auch, äh, durch, äh, auch den Filmpodcast und diese ganzen Sachen, ich glaube, da ist noch viel zu erwarten von dir. Und ich wünsche dir das auch rein persönlich einfach, dass du gerade diese Sachen, wenn die Realität auf einmal so wird, wie man es im schönsten Traum sich nicht hat, vorstellen können, dass du solche Sachen ganz, ganz oft erlebst. Und, äh, ja, und ich würde mich freuen, wenn wir doch noch eines Tages mal über Bruce Lee Filme sprechen würden. Sehr gerne. Also da rennt es ja bei mir offene Türen ein. Also da stehe ich jederzeit zur Verfügung. Alles klar. Okay. Das merke ich mir und streiche mir an und werde mich nochmal deshalb bei dir melden. Dann würde ich sagen, ganz offiziell, vielen lieben Dank, lieber Gary. Ja, es hat super viel Spaß gemacht. Wie immer. Wunderbar. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.